Also da sehe ich gerade, der Sato Naso, den muss ich immer noch probieren, von Naso Matto. Also du meinst den Duft oder meinst du den Flakon? Entschuldigung, sorry, kleiner Witz. Den Duft, den Flakon habe ich schon. Probiert, ja. Die Duftreperle. Julian. André? Ich würde ja sagen, lang ist es her. Würde ich auch sagen. Aber das klingt dann so wie, wenn es aus einem Märchen stammen würde oder aus irgendeiner Geschichte oder Folklore. Und dabei ist das eher eine Tradition, die wir jetzt mittlerweile eingeführt haben, die auch letztes Jahr bereits sich zugetragen hatte. Nämlich, dass wir in einem Sommerloch waren, genauso wie dieses Jahr. Ja, und das war eigentlich gar nicht beabsichtigt. Es ist irgendwie so total, so energiemäßig hat es sich einfach entfaltet, so ganz frei. Wie die Hitze, die das gesamte Land eingenommen hatte. Ja, also für gefühlt drei Wochen war das. Dann war es irgendwie wieder gutes Wetter und zwar 15 Grad. Und dann auf einmal war eine Woche wieder scheiße. So mit 30 und weiß ich nicht, 28 Grad und sowas. Ich finde das so interessant, weil ich habe das Gefühl, jeder beschreibt diese Hitzewelle, die es jetzt gab, ganz anders. Und du sagtest drei Wochen bei dir. Bei mir hat es sich wie drei Monate angefühlt. Und das ist jetzt noch nicht einmal übertrieben. Also das ging wirklich bestimmt jetzt sechs Wochen gefühlt. Dann gab es auch eine Woche, wo es halt wirklich, wo die Temperaturen gedroppt sind. Wo dann Regen war und sehr viel so eher Herbstwetter. Und jetzt war es wieder eine Zeit lang heiß. Und jetzt heute war der erste Morgen, wo man das Fenster aufmachen konnte und man dachte, Luft. Ja. Ich atme Luft. Es ist kühl, es ist frisch, es fühlt sich an wie ein Herbstmorgen. Es ist Luft. Boah, Herbstmorgen, das wäre es, ey. Das wäre es, so hat es sich angefühlt. Und ich muss sagen, herrlich. Ja, aber ich glaube, ohne zu viel zu verraten, du wohnst ja halt unter so einer Dachschräge, gell? Ey, und dazu noch im tiefsten Süden unseres Landes. Okay, nicht aller tiefste, aber schon tief genug. Also sehr nah an Italien dran. Ja, ja, das jetzt vielleicht nicht. Aber gut, gehen wir nicht zu tief ins Detail. Ja, aber trotzdem, also dieser Sommer war schon krass. Ich muss sagen, ich bin generell jemand, der lieber kältere Temperaturen mag, geschweige denn kältere Gebiete. Und Sommer war gerade mit der Hitze noch nie ein Ding für mich. Deswegen fand ich das jetzt auch nicht so geil. Und ich weiß, ich kann mich erinnern, genau vor einem Jahr war das, als wir beide auch aus dem Sommerloch 2022 herauskamen und wieder angefangen hatten, Folgen aufzunehmen. Und auch da weiß ich noch, wie ich triefend unter meinem Dachfenster hier saß und noch gesagt hatte, dass die Harvestmaus vom Zoologist für mich nach feuchtem Heu riecht. Ich allerdings vermute, dass die Feuchtigkeit eher durch meinen schwitzenden Arm entsteht, als durch den Duft der Harvestmaus vom Zoologist. Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja, stimmt, stimmt. Ja, genau. Das ist ein Jahr her. Es ist genau ein Jahr her. Ja, nee, ich kann mich erinnern, dass du sehr geschwitzt hast, ja. Ja. Und es jeden hast wissen lassen. Das muss sein, das geht nicht ohne. Ja, ich meine, wir beide sind ja auch so ein bisschen bäriger Gestalten, sage ich mal. Da ist halt Winter und kältere Temperaturen, da nähern wir uns halt eher an, an die Normaltemperatur. Also ich sag mal, Leute, die so unter 50 Kilo wiegen und 1,80 groß sind oder so, die sind halt da, sag ich mal, im Sommer besser aufgehoben, gell? Ja, das Gefühl habe ich auch. Also jetzt, ich will keinen Shitstorm entstehen lassen, wobei das wäre uns, glaube ich, scheißegal. Aber es ist schon so, glaube ich, dass es Menschen gibt, die aufgrund ihrer Körperbauten für bestimmte Wetterverhältnisse, Temperaturen und damit auch für bestimmte Länder besser geeignet sind als andere. Und da würde ich dir zustimmen, also ich glaube, wenn du hochgewachsen bist und dünn, dann verhält sich dein Körper in Hitze viel besser. Und wenn du wahrscheinlich ein bisschen, keine Ahnung, breiter bist, stämmiger oder ich würde sagen normalgewichtig, Shitstorm, let's go. Also, ja, dann verschlägt es dich vielleicht in normal temperierte Gegenden unserer Welt oder vielleicht sogar in kältere, würde ich so unterschreiben, ja. Ja. Und außerdem, du kannst halt bei Kälte, du kannst dich halt so dick einpacken, wie du willst, dann hast du irgendwann trotzdem deine Temperatur, die du gut findest. Ja. Bei Hitze geht es halt nett. Und das ist ja so mein bestes Argument dafür, dass Kälte besser als Hitze ist. Ja, würde ich auch sagen. Und ich würde sogar fast sagen, wenn du dich natürlich dann besser anziehen kannst im Winter, ne, weil du dann halt, du kannst Schicht über Schicht über Schicht anziehen und irgendwann aussehen wie, keine Ahnung, ein schwarzer Lederritter. Ein schwarzer Lederritter. Pass auf, die Überleitung ist jetzt vielleicht etwas fragwürdig, aber wenn ich dir den Namen meines Duft des Tages verrate, dann wird es Sinn machen. Und zwar ertrage ich heute Opus 2, Leather Black Knight von L'Atelier Parfüm und Knight in Klammern mit dem K eingeklammert. Also nicht nur Knight im Sinne von Ritter, sondern auch Knight im Sinne von Nacht. Alter, ey, wie heißt das Teil? Leather Black Knight, Opus 2 von L'Atelier Parfüm. Was heißt denn du da? Also, das habe ich ja noch nie gehört. Ist eine Probe, die ich jetzt vor kurzem hier liegen gehabt hatte. Mittlerweile durfte sie auch wieder weiterziehen. Ich habe es mir aber nicht nehmen lassen, die auszuprobieren. Ist ein Duft aus dem Jahr 2022. Und geht sehr stark in die Richtung der allseits bekannten Lederdüfte, die da wären, Tusk Leather von Tom Ford. Aber auch der Leather Oud von Al-Haramann. Habe ich das richtig gesagt? Was? Leather Oud, ja. Ja, genau, das war der. Oder aber auch der Layu Kawam von Razazi. Die ganzen Geschichten, man kennt es, eben die sehr prominente Ledernote, die, glaube ich, Tom Ford ins Leben gerufen hat mit seinem Tusken Leather. Und das immer so eine Mischung macht aus Leder oder irgendwelchen himbeerigen Noten, die da mit reinkommen. Genau, und das versucht auch Letter Black Knight. Und was sehr interessant ist, neben Safran und Rosa Pfeffer, was, glaube ich, du ja auch sehr magst, ist drinnen enthalten Haselnuss. Ja, sehe ich auch gerade. Genau, und jetzt ein netter Funfact, warum ich glaube, dass der Duft mir sofort auch irgendwo positiv aufgefallen ist, als ich ihn aufgetragen hatte. Es gibt nämlich zwei Düfte, oder nee, einen Duft, den ich sehr mag, der auch Haselnuss enthält. Nämlich One Million Lucky von Paco Rabanne. Ähm, jo. Also auch ein Duft, wo Julian sagen würde, stimmt er mir sofort zu, absolut bahnbrechender Duft, fantastisch. Absolut, ähm, bahnerbrechender Duft, ja. Ja. Aber was soll ich sagen? Wenn du den Zug trägst. Äh, Haselnuss ist unter anderem auch noch in Just Cavalli Gold for Her von Roberto Cavalli. Ja. Und in Guidance, einem Damenduft von Amouage, der ebenfalls erst 2023 rauskam. Ah, das ist der Neue, gell? Ja, der Rosane, der halt in diesem Frauenflakon von Amouage aufgetaucht ist. Genau, Birne mit Haselnuss gemischt. Sehr interessant. Wild, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Genauso wie die Rose, die da drin enthalten ist. Ja, die lass mal mal weg. Haha, aber ich würde sagen, das lassen wir mal so stehen. Und damit können wir auch meinen Duft des Tages stehen lassen und kommen gern zu deinem. Ja, witzigerweise, wir haben uns nicht abgesprochen. Ich habe auch einen schwarzen Duft heute aufgehabt. Und zwar den Black Haschisch. Oh, verdammt. Von Arte Olfato. Okay, da wäre ich nicht drauf gekommen. Aber der Name sagt mir was. Ja, den hatten wir schon mal. Ja, ich habe auch die Probe da so ganz alleine rumstehen sehen und die hat mich angesprochen. Da habe ich mir das Ding geschnappt und direkt da auf den Kopf gesprüht. Geil. Ich liebe diese bahnbrechenden Beschreibungen. Und natürlich noch ein bisschen in den Nacken. Und ja, was soll ich sagen, das ist halt Black Afghanu nur dezenter sogar noch. Mhm. Ja, weiß nicht. Ich bin ja auch jetzt mittlerweile, gehe ich ja auch da so über auf der Arbeit, einfach, einfach mir zu sagen, fuck it. Also so richtig, fuck it. Ich hatte jetzt auch den Face im Pfeif hatte ich zum Beispiel drauf. Ich habe halt einfach nach abgesteinem Blumenwasser gerochen und ich fand es geil. Und da wurde ich auch schon angesprochen teilweise. Und ja, also hier beim Black Haschisch wurde ich auch angesprochen. Das war so dieser Antre-Effekt, sage ich mal, den du ja damals hattest, als du den Black Afghanu drauf hattest. Dass auf einmal jemand so sagt, oh, was riecht hier so gut? Bist du das? War doch bei uns damals auch, wo du den drauf hattest. Da wurdest du auch darauf angesprochen. Ja, stimmt, ja. Bei unserem Treffen oben im Harz. Hoch oben, im Nirgendwo. Ja. Und hatte ich hier auch, also ich glaube, der polarisiert in einem guten Sinne. Mhm. Also da hat man so die höchste Wahrscheinlichkeit, dass man halt angesprochen wird oder dass gesagt wird oder gefragt wird, was hier so gut riecht oder so. Weil der hat halt so diese Grenze, also der wandert so auf dieser Grenze zwischen irgendwie eklig bisschen, aber dann irgendwie auch beim zweiten Riecher sehr interessant und gut. Würde ich mal so sagen. Und ich weiß außerdem gar nicht, wie schwarze Haschisch riecht. Weißt du das? Nee, gar nicht. Nee. Ich habe jetzt, ich habe jetzt mal gehört, warum, also wusste ich ja nie, gell, was Haschisch ist und was, äh, hier, Gras und so weiter, der Unterschied. Ich dachte immer, es wäre das Gleiche, gell. Ja, ist es das nicht? Nee. Haschisch ist, glaube ich, ich glaube, Haschisch ist so komprimierter, stärker. Und das ist auch schwarz, Haschisch. Ach. Das ist irgendwie komprimiert, rausgepresst aus den Blüten von der, wie heißt es denn? Was aussieht wie auf der Kanada-Flacke. Ja, der Hanfpflanze. Ja, Hanfpflanze, genau. Sieht ein bisschen aus wie das Ahornblatt, oder? Ja, und so, da aus diesen Blüten ist das irgendwie rausgepresst und komprimiert und das ist dann schwarz und das ist irgendwie stärker, habe ich gehört jetzt, also gefährliches Halbwissen, keine Ahnung. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben oder uns anrufen und uns das dann nochmal mitteilen, ob so ist oder so. Ruft gerne mal Julian an, während der Arbeitszeit. Dann packst du die Person mit auf Lautsprecher und lässt dich mal vor versammelter Mannschaft fragen, warum das, warum Blekkaschisch, Blekkaschisch heißt. Ja, ey, das wäre sau witzig, gell. Ja, irgendwie schon. Ich meine, ey, um jetzt mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, theoretisch steht die Nummer sogar im Internet. Wirklich? Ja. Also, ganz theoretisch, aber jetzt nicht weitersagen. Okay, ja, hast du uns jetzt alle neugierig gemacht? Ja, ich habe mich selbst gedokst. Ja, ja, die Zuhörer und Zuschauer, die gucken nachher nach und ich auch. Ja, die geben ein Julian Duft Rebellen Telefon. Ja. Ja, ich glaube, das kommt dann, aber nur bei Bing, nicht bei Google. Ja, ich schreibe dir dann nachher auf WhatsApp und frage dich, ob das die richtige Nummer ist und schick sie dir dann. Ja, mach das echt mal, das wäre witzig. Okay, naja, geht so. Ja, ja, so. Ja. Ja, also das war mein Duft des Tages. Darf ich kurz fragen? Ja. Ich lese, da ist Kaffee mit drinnen beim Blekkaschisch. Mhm. Würdest du das unterschreiben oder wie stark ist die Kaffeenote da enthalten? Lass mich nochmal riechen, Moment. Das könnte, ja, es könnte vielleicht deswegen ein bisschen sanfter sein als der Blekkafgano. Mhm. Er ist halt nicht so brachial, als wenn man so ein bisschen in dieses Blekkafgano-Game einsteigen will, wäre Blekkaschisch eigentlich schon ganz, ganz gut so für ungeschulte Nasen. Mhm. Ja. Schön. Aber ich meine, man kann auch direkt mit Blekkafgano anfangen. Ah ja, gleich mit der Wumme. Ja. Gleich mit dem Eisbrecher. Und ich weiß ja auch gar nicht, wie da die Reformulierungen sind, ob es da welche gibt und so, ob der überhaupt noch so riecht wie damals und so. Ach, das ist doch alles Reformulierung. Mein Gott. Papalapap. Papalapap, Humbug ist das. Also, da sehe ich gerade, der Sato Naso, den muss ich immer noch probieren, gell, von Naso Matto. Also, du meinst den Duft oder meinst du den Flakon? Entschuldigung. Sorry, kleiner Witz. Den Duft, den Flakon habe ich schon. Probiert, ja. Es tut mir leid, aber ich musste so lachen, weil ich habe letztens nochmal so unsere letzten Videos, also nicht komplett angeschaut, aber mir mal kurz die Kommentare durchgelesen. Und dann habe ich noch den Kommentar von der lieben Isi gelesen, die da drüber gelacht hat, als, glaube ich, irgendeiner von uns gesagt hat, den Flakon, den kann man auch anderweitig nutzen. Ich glaube, ja, das sind die Dinge, die bei den Duft-Rebellen hängenbleiben. Egal, was du jetzt sagst, es ist alles nur noch in diesem zweideutigen Schema zu verstehen, seit es diesen Flakon von Sato Naso gibt. Ja, also seitdem der, wie heißt der, Gueltieri, das eingeführt hat, diesen Flakon, naja, was soll ich sagen. Oh Mann, ey. Hast du das schon gerade mitbekommen, den Du ausgesprochen hast, ne? Hä, ne, ich habe das gedacht. Was? 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 Wie bitte? Also, achso, um nochmal gekonnt abzulenken. Julian ist gerade ganz schlechter Empfang. Um mal ganz gekonnt abzulenken, hörst du mich? Alter, ey, diese Scheiß. Diese Scheiß-Internet-Verbindung. Hallo? Julian, jetzt bist du wieder da. Ah, super. Ja, ja. Also, ich war eben einkaufen. Das ist schon mal ein Highlight. Aber, was ich da gekauft habe, war eine Seife, eine Flüssigseife. Hm. Ich versuche zu umschreiben, wie der Laden hieß. Also, es fängt mit einem N an, wie Nordpol, und hört sich am Ende fast so an wie Oma. Okay, ja. Ja, da habe ich Flüssigseife gekauft, dieses, von der Eigenmarke, El Corina heißt die, glaube ich, die Botanical Edition, ich meine, die heißt so irgendwie, die Botanische Edition. Und da habe ich gedacht, weil die ja ganz gern mal so in die Parfümrichtung gehen und vielleicht auch ein bisschen sich inspirieren lassen, sage ich mal, von echten Parfüms, habe schon gerätselt, bevor ich es gekochen habe, was es sein könnte. Mhm. Und es ist tatsächlich ein Parfüm. Aber, ich wäre niemals drauf gekommen, anhand der Beschreibung, und zwar handelt es sich da um den Terre d'Hermes. Ah, ja. Es riecht wirklich einfach danach, gell. Ja, also, wenn ihr billig, ich glaube, 89 Cent kostet da eine Seifenflasche, könnt ihr für 89 Cent halt den Terre d'Hermes auf euren Händen spüren und riechen. Boah, und beschreib mal, also, du hast es, hast du es vorhin noch genutzt? Ja, 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 ja. Und du riechst immer noch an deinen Händen danach? Ganz ehrlich, das riecht echt lange nach, gell. Boah. Finde ich echt gut. Also, kann ich empfehlen. Ich meine, gerade für dich, als Terre d'Hermes-Liebhaber ist das ja wirklich ein großes Ding. Ja, ja, das ist halt, ja gut, Terre d'Hermes ist halt so ein Liebhaber-Ding, weil ich das so total mit meinem Norwegen-Urlaub assoziiere damals. Aber, ganz ehrlich, mittlerweile, wenn ich das so rieche, assoziiere ich es irgendwie gar nicht mehr damit, nicht mehr so stark. Mhm. Ist dir das auch schon so gegangen, dass du einen Duft hattest, den du mit was verbindest und dann irgendwann nicht mehr? Tatsächlich, ja. Und zwar kann ich da wirklich auch sehr prominent den Black-Afghano nennen. Oha. Ja, den wir erst neulich, also vor ein paar Minuten angesprochen haben. Neulich. Nee, mir kam davor eigentlich der Gedanke, wir hatten mal eine Folge gehabt, da haben wir über den gesprochen, aber ja, also wir hatten ja ihn jetzt ganz kurz am Rande erwähnt. Und zwar verbinde ich den mit mehreren Dingen, aber die sind alle im selben Jahr passiert. Logischerweise, da habe ich den Duft ja auch kennengelernt. Und, ähm, ich würde sagen, so, was ein bisschen traurig ist mit den Jahren, sind die Erinnerungen an diese Momente weniger intensiv geworden. Ja. Ähm, was vielleicht mehrere Gründe haben kann. Entweder richtig die Formulierung, die ich da habe, die noch vom alten Black-Afghano stammt, vielleicht ist die nicht mehr so intensiv. Vielleicht habe ich mich auch einfach nur satt gerochen. Ne, vielleicht habe ich mich auch einfach mittlerweile verändert, weiterentwickelt und, ähm, habe was anderes für diesen Duft übrig wie damals. Mhm. Äh, genau, da können viele Dinge so einhergehen. Deswegen mittlerweile, äh, sehe ich den Black-Afghano nämlich auch mit anderen Augen. Ich finde ihn immer noch einen tollen Duft. Aber ja, ich würde auch sagen, irgendwie fühlt es oder riecht es sich ein bisschen anders an wie damals. Ja, Mann. Ja, Mann. Genau dasselbe habe ich aber auch. Mhm. Das, ähm, habe ich mit dem jetzt speziell Terra de Messe, da ist es mir jetzt aufgefallen. Und ich habe lange nicht an der Fledermaus gehauen von Zoologist. Ich will es auch, glaube ich, gar nicht mehr, erst mal. Mhm. Einfach, weil so diese Erinnerungen dann vielleicht weg wären, weißt du? Oder weniger intensiv. Ich glaube, das wird auch schon so sein. Und das ist halt so, so dieser Halbzeitswert, oder sag mal so, Halb, Halbwertszeit. Halbwertszeit, genau. Halbwertszeit, genau. Die Halbwertszeit, gell, die ist da so, ist es lustig, dass das, dass es das so gibt, gell? Mhm. Aber gut, man, ich glaube, wie war das? Alle sieben Jahre haben sich ja alle Zellen erneuert in einem Menschen. Ja, ja. Man sagt ja so, ne? Alle sieben Jahre veränderst du dich. Ja, ja, auch das verfliegt das siebte Jahr, gell, weil man sich da dann voll verändert hat und so weiter. Stimmt, ja. Und, ähm, nee, ich merke es halt. Und ich glaube, das ist immer so. Und das ist halt voll schade. Nee, ist mir gerade so aufgefallen, aber nee, wir wollen ja nicht so depressiv sein, André. Ja, das stimmt. Erzähl doch mal. Erzähl doch mal, über was? Warum sind wir heute hier? Warum sind wir heute hier? Ich möchte tatsächlich daran anknüpfen, was du gerade gesagt hast. Du warst gerade bei der Fledermaus von Zoologist. Aha. Ich habe mir vor kurzem erst, ja, sagen wir mal, also, im Prinzip müsste man sagen, ich habe mir die Fledermaus von Zoologist gekauft. Aber anders. Du hast die gestohlen. Ganz ehrlich, also, ich glaube, so rar wie die momentan ist, müsste man das auch, um sie in die Hände zu bekommen. Nee, tatsächlich, also, ich habe den Duft der Fledermaus vor kurzem erworben. Moment, einen Duft der Fledermaus? Heißt, die Fledermaus hat einen Duft kreiert? Und du hast diesen Duft bekommen? Nicht ganz. Okay. Die Fledermaus wurde ja von jemandem kreiert. Ach, von der, äh, Dr. Dr. Alan Covey. Genau, ja. Richtig, die da ihr eigenes Parfümhaus gemacht hat. Mhm. War das, ich gucke mal kurz. So, ja. Es war Olympic Orchids. Ja, genau. Und ich glaube, man hört es hier. Ja, ich tue mal kurz so ein bisschen. Ah, hast du das in dieser kleinen Verpackung mit diesem kleinen Flakon? Ja. Diesen, diesen kleinen, äh, eckigen, diesen weiß ich nicht, wie viele Ecken das hat. Ich glaube, das ist er. Und zwar habe ich mir von Olympic Orchids den Nightflyer geholt. Geilo. Und das ist im Prinzip so, wie du es gerade beschreibst. Boah, das, äh, also, ich werde mal versuchen, das einzublenden. Für alle diejenigen, die es sich auf gerade YouTube angucken werden. Äh, und für alle, die es jetzt gerade auf Spotify hören und Co. Können wir es natürlich gerne beschreiben. Und zwar ist es eine Mischung aus Flakon und Travel Size zerstäubbar, von der Größe her. Das ist ein 30 Milliliter Flakon. Sehr klein, sehr schmal gehalten. Oh, okay. Der hat, der hat runde Seiten, aber trotzdem Ecken. Das ist vollkommen wahnsinnig. Also, das ist Handwerkskunst, äh, jenseits von Gut und Böse. Mhm. Genau. Und ähnlich, wie man das von den ganz alten Egoist von Chanel Flakons kennt, ähm, ist der Deckel fast so groß wie der Flakon selbst. Was aber einen richtig schönen Maßstab setzt. Also, das hat so ein cooles Verhältnis in der Größe. Und ja, also, liegt schön in der Hand. Ähm, Olympic Orchids Nightflyer ist nochmal so als Logo seitlich aufgeklebt, von oben nach unten führend. Ja. Ähm, fühlt sich wertig an, wenn du das Ding hältst. Zumindest der Flakon selbst. Deckel ist auch ordentlich drauf. Ja, und es riecht halt wie die Fledermaus von Zoologist, ne? Weil es ja im Prinzip die Fledermaus von Zoologist ist. Ja. Und, ähm, also jetzt gerade rieche ich da so dran. Ey, und ganz ehrlich, es riecht wieder einfach wie an dieser fucking Höhle. Damals im, äh, im Harz, wo wir waren. Es riecht halt wirklich, also, ne? Und dann diese Fledermaus noch, diesen Duft zu riechen. Also, da kommen sofort Erinnerungen hoch. Boah, das ist geil, Mann. Und, und das, 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 das Fantastische ist, es gibt so Tage, da ist es voll intensiv, ne, wenn du dran riechst und das dann dir auch so vorstellst. Es gibt aber auch Tage, da hast du so das Gefühl, nee, fühlt sich gerade nicht so an. Und ich muss zugeben, ähm, das erste Mal gerochen hatte ich den, glaube ich, als es auch wirklich so heiß war, jetzt die Wochen zuvor. Ey, und vielleicht macht die Hitze auch einfach unglaublich viel. Ja, das, äh, ja gut, das wissen wir ja, gell. Das kommt ja auch immer auf die, die Außentemperatur, auf, auf den Schweißlevel an und so weiter. Ja. Deswegen sehe ich den halt immer eigentlich auch im, im Herbst, diesen Duft. Das, das wird ja auch viel mehr passen zu dieser Assoziation, zu diesen Bildern, die man im Kopf hat, gell. Ja, 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 ja. Ja, dunkel, nass, feucht und, äh, schlechtes Wetter und so weiter. Ach, das ist schon schön. Ja, aber auch wieder hier, um den Bogen nochmal zu schließen, weil wir den vorher noch hatten, also ich würde schon sagen, dass die mich stark an dieses Feeling von damals erinnert, aber also vielleicht auch nicht mehr ganz so intensiv wie damals. Ja. Also wenn ich, wenn ich damals daran gerochen hätte und ich habe das wirklich so zu 120 Prozent intensiv wahrgenommen und gerochen, würde ich sagen, sind es jetzt gerade vielleicht so 80, 85, vielleicht 90 Prozent. Ja. Und als ich letztens daran gerochen hatte, wo es so heiß war, ja, da waren das so enttäuschende 50, wenn überhaupt. Oh je. Ja, ja, wo ich mir dann wirklich dachte, so Alter, irgendwas ist hier gerade falsch. Ja, ja. Was, 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 was los, was passiert hier? Was los, Junge? Ja. Genau, würde ich kurz einwerfen. Ja, tolles Ding, gefällt mir. Da werfe ich auch kurz ein. Ich habe ja auch einen Duft von der lieben Ellen Kowie, Dr. Ellen, äh, den, wie heißt der? Killau Air. Mhm. Das ist ja, äh, nach diesem Vulkan benannt und der ist lustigerweise letztens ausgebrochen auf Hawaii. Ah. Hast du, hast du noch mehr von, von, äh, Olympic Orchids irgendwie schon mal gerochen? Ich war der Meinung, ich hätte irgendwo mal eine Probe noch von denen gehabt, habe jetzt aber letztens nachgeguckt und sie entweder nicht mehr finden können oder es war eine falsch abgespeicherte Erinnerung. Ja. Ja, eine, eine, eine schwarze Katze in der Matrix, die stecken bleibt. Oh, wie, äh, Pavlovs Hund, oder wie, sagt man? Oh, ungefähr so. Ja. Ähm, nee, finde ich immer noch sehr interessant, weil die einfach, ich finde, wer so einen Duft kreiert hat, die Fledermaus, der, der kann einfach, der kann keine schlechten Düfte sonst machen. Mhm. Habe ich das Gefühl. Ja. Und der Killau, Killau Air, der ist auch ganz, ganz cool, der ist auch, finde ich, in seiner Form einzigartig, habe ich so auch noch nie gerochen. Mhm. Ist aber, ähm, ja, der hat nicht diesen Impact gehabt. Ja. Stimmt, Kaffee 5, den hatte ich auch. Und der hat echt nur Kaffee einfach gerochen, von daher alles richtig gemacht. Mhm, okay, ja. Ja, bin gerade am gucken. Du kannst gern weitermachen, ich gucke hier gerade noch. Mhm, ja, ich gucke jetzt auch gerade durch, weil ich habe hier so eine kleine Box mit den neuesten Neuzugängen, äh, probentechnisch. Oh. Ja, ich weiß nicht, ich hätte gesagt, ich mache jetzt fast ein Foto davon, aber die Box sieht schon eher ein bisschen, ja, trashig aus. Das passt doch. Ja, wenn man bedenkt, wie, wie ich normalerweise, ähm, in der Kiste meine Proben halte, ich habe da so zwei Kekstosen und da sind die wirklich, also, wenn du da reinguckst, denkst du wirklich, okay, also, das sind Massenmörder gerade. Also, so penibel, fein und, und, und wirklich schon fast krankhaft akkurat sortiert. Also, das ist ein bisschen. Hast du, hast du Dexter gesehen? Äh, nee, aber ich kenne es vom Hörensagen. Weil, weil, weil der, der macht das ja genauso. Der hat doch diese Blutproben, sag ich mal, von seinen Opfern, hat er auch genauso ganz fein sortiert und alles. Alter, so, so, so muss das wahrscheinlich aussehen. Ja. Also, ne, wirklich. Und, und dann habe ich aber so eine Box, weil, das ist ja dann auch irgendwann mühselig, wegen einer Probe permanent immer die ganze Kiste und die ganzen Keksdosen dann daraus zu holen. Und, ähm, ich weiß nicht, also, da bin ich, glaube ich, wirklich ein bisschen autistisch veranlagt. Das muss dann auch alles stimmen, weißt du? Also, ich kann nicht einfach nur diese Dose aufmachen, eine Probe reinlegen und wieder zumachen. Ja. Das geht nicht. Das muss dann irgendwie sortiert werden. Ähm, und bevor ich mir das dann antue jedes Mal, habe ich so eine Box, das war mal ursprünglich so eine Kartei-Box, ähm, auch hier so in diesem Kork- und Papp-Stil gehalten. Ich weiß nicht, vor ein paar Jahren war das mal in, dass sich dann alle irgendwie ihre Büroausstattung in diesem, äh, dunkelbraunen und hellbraunen, äh, Kork-Look irgendwie designt haben. Ja. So ein bisschen ökomäßig. Ganz ehrlich, ich habe mir das Ding einfach nur geholt, weil es reduziert war. Wahrscheinlich war es eben so aussah, wie es aussah. Aber ich mir dachte, so praktisch ist es. Und da habe ich jetzt so die neuesten Proben drinnen. Ähm. Ähm, genau. Habe hier auch noch so ein Altar. Genau, den Altar, den ich in irgendeiner Folge von uns mal präsentiert hatte. Als Unikat. Ah, ja. Ja, den habe ich hier nämlich auch stehen, weil ich den nämlich nicht anders lagern kann. Den kann ich nämlich nicht seitwärts lagern, sondern läuft halt alles aus. Ja. Genau, was habe ich, ich habe hier noch so eine ganz, so eine, ähm, Mini-Variante von Axe Dark Temptation. So, so ein To-Go-Deo von Axe. Das habe ich auch noch von dir. Aber, ja genau, stimmt. Also, dasselbe habe ich dir auch gegeben. Ja, genau. Aha. Ne, warte, ne, ne, ne. Ich habe dir die große Variante gegeben. Aber, ja, ja, die große, aber die ist auch klein, finde ich. Pass auf. Ich habe hier eine 35 Milliliter Variante. Warum macht man das? Ähm, ja, also ich, ich würde jetzt irgendwie einen Monolog halten, aber ganz ehrlich, ich habe es ja gekauft, ne. Ja gut, ich glaube, es macht man auch, damit man immer nachspringen kann, alle zwei Minuten. Glaube ich auch. Oder einfach nur, ich weiß, ich habe es mir geholt, weil ich bin nämlich, ähm, zur Verwandtschaft gefahren und dachte mir so, ich habe keinen Bock jetzt eine riesige Tasche zu füllen. Weil wenn es eine Sache gibt, zum Beispiel, die ich über die Jahre gelernt habe, ist einfach cleverer, den, äh, den, die Reisetasche zu packen. Ja. Weißt du, nicht irgendwie tausend Jacken, wenn du wahrscheinlich nicht mal eine einzige brauchen wirst oder so. Und genauso verhält sich es dann halt auch mit Deo, ne. Du brauchst vielleicht mal ein Deo, wenn du unterwegs sprühen willst oder dich mal irgendwo frisch machen willst, dann brauchst du keine riesen Deo-Dose, die gefühlt dreimal so groß ist wie der Flakon von Sardunaso oder so. Entschuldigung, ich werde jetzt immer wieder darauf zurückkommen. Das ist, das ist einfach geschenkt. So, äh, genau. Und wie bin ich jetzt drauf gekommen? Ähm, ich habe hier gerade noch nach Proben gesucht. Und finde jetzt aber auch gerade auf Anhieb nichts. Genau, auf jeden Fall. Und bevor ich die dann halt immer in meine, ähm, sortierte Probensammlung reinpacke, werbe ich das alles hier rein. Ja. Und hier ist halt so alles gebündelt. Ah, ja. Keine Ahnung, wenn ich jetzt auch irgendwie was weitergebe oder so, dann kann man das einfach hier rauspicken. Ah, guck mal, hier habe ich auch noch den Lenvol von Cartier. Oh, schön. Ja, schönes Ding. Das ist ein guter. Das ist ein guter. Ich glaube, der, gucken, hat, hat dem die Hitze was angetan? Nein. Oh, wo du gerade dabei bist. Ich habe doch meine, meine Kiste von Slumberhouse. Oh, ja. Ich habe den in meinem Leben dreimal gesprüht. Ich hatte damals 30 Euro für 5 Milliliter ausgegeben und es ist nichts mehr da. Scheiße. Einfach, weil die Hitze den fertig gemacht hat. Es ist einfach so fucking dramatisch, ne? Ja. Und ich meine das wirklich pur Ernst. Also das, da würde ich auch steil gehen. Das würde mich auch aufgeben. Aber meine Freundin, die ja im Chemie-Thema drin ist, hat mir den ganz simplen Tipp gegeben. Ich soll doch einfach mit Alkohol nachschütten. Weil das Parfümöl ist ja jetzt nur noch da. Und wenn ich jetzt Alkohol reinmache, dann ist es ja wieder auf 4, 5 Milliliter. Ja. Was denkst du bei diesem Tipp? Klingt für mich logisch. Weil eigentlich ist ja nur der Alkohol verdunstet, gell? Und das Öl bleibt ja zurück in dem Sinne. Ja. Ich glaube, ich probiere das mal. Ey, unbedingt. Also mich würde brennend interessieren, was dabei rauskommt. Ja. Und ich glaube, den einen oder anderen oder die einen oder andere, die gerade zuhören, auch. Aber ich hätte mir gedacht, schau mal, wenn du beim Kochen einen Eintopf reduzierst oder eine Suppe reduzierst, indem du halt das Ganze hochpowerst mit der Temperatur, damit das schön andickt, gerade bei einer Soße. Dann kannst du ja nicht unendlich immer wieder Wasser nachkippen. Also da passiert ja trotzdem was mit der Soße. Die verändert sich ja. Ja. Und so stelle ich mir das jetzt gerade auch mit dem Parfüm vor. Es ist schon richtig, dass da das Parfümöl übrig bleibt. Aber in dem Moment, wo Alkohol, nennt man das transpirieren oder so? Also wenn es sich halt herausdunstet. Also da verschwindet ja auch was, oder nicht? Ja, ja, klar, so ein paar Duften-Moleküle schon, aber das Öl ist ja noch da. Und man vermischt das ja mit Alkohol, damit es doch a, länger hält und b, ja, dass man es sprühen kann auch. Okay, nee, aber das finde ich interessant. Also sie wird bestimmt recht haben, deine Freundin, ne? Weil wenn die sich da so auskennt. Ja, ich denke auch. Also, ey, würde mich brennt interessieren. Vielleicht sogar als wir beide zusammen. Wobei, das muss nix heißen. Oh, nein. Ja, liebe Grüße. Ja, auch von mir. Ja, aber, ähm, das bringt mich zu einer anderen Idee, die ich mal hatte, oder zu einem Gedankengang. Jetzt wird es ein bisschen böse und es könnte sein, dass der ein oder andere sich jetzt gleich denkt so, fuck, ich werde nie wieder Proben kaufen können. Oh, nee. Was kommt jetzt? Du kannst dir vorstellen, was kommt, oder? Nee. Also, ich habe in der letzten Zeit Proben da gehabt, wo ich schon mal den originalen Flakon von hatte. Ja. War dann Zufall, weil mir jemand einfach beim Verkaufen was mit dazu gelegt hat. Und ich habe dann trotzdem gedacht so, ja, probier nochmal, riech einfach nochmal dran. Und die Probe hat anders gerochen als das originale Parfüm. Das bedeutet jetzt was? In den meisten Fällen würde ich sogar sagen, schwächer oder fast schon so verwässerter. Okay. Aber es gab auch eine Probe und da war die sogar stärker als in dem eigentlichen originalen Flakon. Was mich dann natürlich dann zum zweiten Gedanken gebracht hat. Also, der erste Gedanke war, jemand hat da vielleicht ein bisschen rumgefuscht. Und, keine Ahnung, verdünnt, ne, vielleicht sogar mit Alkohol nochmal nachgekippt, damit du vielleicht das Ganze ein bisschen strecken kannst. Ja. Der zweite Gedanke war aber, das kann natürlich auch an verschiedenen Batchcodes liegen. Ja, ja. Und, und ich bin, ich bin echt erschrocken, weil ich habe dann zwei Proben gehabt und ein originalen Flakon. Und habe dir dann alle mal immer abwechselnd getragen und gerochen. Also, du hättest schwören können, das sind also fast drei verschiedene Parfüms gewesen. Du konntest die Richtung schon ausmachen, aber es hat sich trotzdem irgendwie anders angerochen. Ähm, ja gut, wie du da sagst, das kann ja diese Faktoren haben. Aber ich würde eher behaupten, dass wenn ein Hersteller seine Pröbchen verschickt, dass diese Pröbchen stärker sind, um einen mehr zu catchen, weißt du? Ja, würde ich auch sagen, ja. Also, das wäre marketingtechnisch, wäre das halt ein fuchsiger, äh, ja, Move. Mhm. Und, ich weiß nicht, ich, also um jetzt da auch nochmal einen Vergleich zu haben, es hat jetzt nichts mit Parfüm zu tun. Aber mir ist das jetzt auch passiert, ich musste meine Autolampe wechseln, also meine Birne. Und ich hatte drei verschiedene, also dreimal dasselbe Modell. Dieselbe Birne, ja. Und ich habe alle drei eingebaut in dasselbe, in denselben Scheinwerfer und alle drei hatten ein anderes Licht. Also, es war, das, das Lustigste ist, die Birne, die ich vorher drin hatte, die habe ich dann behalten, weil die das hellste Licht hatte. Aber die anderen beiden, die neu gekauft waren, die waren irgendwie dunkler und auch gelblicher anstatt weiß. Also, auch da gibt es irgendwie Differenzen, ich weiß nicht. Und das ist ja, das ist ja Technik, das muss ja eigentlich immer eins nur nullen und so, ne. Das muss ja entweder genauso sein oder halt nicht so. Ja, 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 ich weiß, was du meinst, klar. Und bei Parfümen, klar, da gibt es, das ist ja Natur, das ist ja alles natürlich. Ja, ich glaube, deswegen gibt es ja auch verschiedene Badges, ne, zum Beispiel beim Parfüm. Ja, ja. Das wird schon irgendwo seine Richtigkeit haben. Stimmt, wobei ich aber sagen muss, das waren keine Originalproben, sondern das waren abgefüllte Proben. Aha. Also, ich hätte Abfüllungen sagen können, ne, deswegen. Ja, aber ist das ja, ne, ich glaube nicht, dass da was gepanscht wurde. Das würde ja keinen Sinn machen, wenn man eine Kartis-Probe dazugibt. Oder war das nicht Kartis? Äh, doch, doch. Das waren immer. Also, da muss ich sagen, äh, deswegen wäre es auch mal mein Rat bei Parfumo gebraucht, sich was zu besorgen. Wenn man, wenn man das kann, ne, also, Thema hier, gebraucht kaufen, äh, jemand anderen machst du damit glücklich, du selber, keine Ahnung, tust vielleicht was für die Umwelt. Will da jetzt kein großes Thema draus machen. Und das Schöne ist, ich habe immer, fast immer, Gratisproben bekommen. Also, auch ungefragt. Ja, ja, gut, das ist ja Standard eigentlich. Ja, ja, also, deswegen finde ich es eigentlich ganz schön. Man, man wird eher die Person anschreiben, dass sie keine Probe dazugelegt hat, als dass man sich bedankt für die Probe, die dabei ist. Ich, ich glaube, so ist das mittlerweile. Meinst du? Ja, aber ich bin auch ein sehr, ein sehr, äh, destruktiv denkender Mensch. Wärst du so ein Arsch? Nö. Das ist, also, ich wäre, ich wäre, dafür wäre ich auch ein viel zu fauler Mensch. Also, du würdest das dann eher nur aus der Faulheit heraus nicht machen, ja? Nein, nein, also, mir ist es, ganz ehrlich, man erwartet es schon so ein bisschen, aber wenn nichts dabei ist, dann denkt man sich so kurz, Mist, aber dann ist es auch wieder gut, so, ne? Ja. Nein, also, streich den Gedanken, lass dich da von mir nichts einreden. Mir kam der Gedanke so, weil, weil es gibt auch Leute, die, du siehst irgendwann immer wieder dieselben Leute, bestimmte Proben und Abfüllungen posten und das wirkt dann alles auch sehr professionell aufgezogen, wo du dann so den Verdacht hast, so, hm, da, da versucht jemand auch so ein bisschen Geld rauszuschöffeln. Ja. Und dann fragt man sich natürlich schon, ne, vielleicht, ne, wie könnte man das optimieren alles, diese Prozesse? Ja, ja. Und dann kommst du irgendwann zu dem Gedanken, aber ich glaube, wenn überhaupt, dann sind das ganz wenige und ich glaube, man hat auch, also, ich würde mir zutrauen, ich habe ein relativ gutes Gespür, bei welchen Leuten ich dann nichts kaufen würde. Ja. Ja, ich habe tatsächlich sogar schon mal ein paar Käufe dann auch einfach abgebrochen, weil, weil mir das zu dubios vorkam. Okay. Was gab es da? Hast du da ein Beispiel gerade? Also, du hast nicht das Gefühl gehabt, da bietet dir jemand jetzt vielleicht gerade eine einzigartige Abfüllung und Probe an, die er noch gerade da hat, sondern der, der, also, er füllt dir das ab, das ist jetzt noch kein Verbrechen, ne, aber er füllt das auch wirklich so fast schon zu, professionell ab, sodass du das Gefühl bekommst, so, das macht er jeden Tag zwölfmal und wahrscheinlich auch dann darauf getrimmt, vielleicht Profit daraus zu generieren. Und das willst du dann nicht unterstützen? Boah, also, das fühlt sich für mich dann nicht mehr so, das hat dann nicht mehr so diesen, diesen Flair von, ich gehe in einen kleinen, süßen Buchladen, wo so, wo so ein magischer Flair hinter ist, weißt du? Und stattdessen begebe ich mich irgendwie zu so einer ganz großen Bücherei, die alles nur noch Massen abgefertigt und kommerziell vertickt. Also, ich persönlich hätte da null Probleme. Also, ich würde, ich kaufe ja auch beim Jeff Bezos, kaufe ich ja auch. Ich kaufe aber auch in einem kleinen Laden, so ist es ja nett, gell? Ja, deswegen, also, wenn ich die Wahl habe, glaube ich, bei Parfumo, dann tut der subjektive Eindruck schon stark mitbestimmen. Okay. Ja. Interessant, interessant. Hätte ich jetzt, weiß ich nicht, ähm, wobei, ganz ehrlich, da gab es doch mal einen, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, der hatte das, wie du sagst, auch professionell gemacht. Sag mir nicht, das ist der Typ mit der Pflanze im Hintergrund. Nee, keine Ahnung. Okay, okay. Ich weiß nur, der hatte blonde Haare oder so. Und der hatte das, meine ich, auch bei Ebay gemacht. Okay. Und da war das noch so, gerade so möglich. Da waren die Algorithmen noch nicht so gut, dass Ebay das direkt gekickt hat und so. Und der hatte auch immer wieder Angebote und da habe ich aber auch nie bei dem gekauft, obwohl der die Sachen hatte, die ich eigentlich wollte. weil das hat, hat es mir irgendwie unterbewusst, hat mir das nicht gefallen. Das hat, ich weiß nicht, kann es gar nicht so richtig beschreiben, aber ich habe auch so das Gefühl gehabt, dass der, dass der die Preise auch so hoch macht und dass ich es viel günstiger woanders kriegen könnte, wenn ich noch ein bisschen warte oder noch mehr gucke. Genau, genau. Ja. Also, ja, also ich kann schon verstehen, was du da meinst. Das sind so Kleinigkeiten oder zum Beispiel auch, dass ich jetzt fast letztens ein Parfüm im Wert von 170 Euro gekauft hätte und dieser Account hat aber zuvor noch nie ein einziges Parfüm verkauft. Ja. Ist zwar schon länger mit dabei gewesen und dann, und dann fängst du einfach an, das Ganze so ein bisschen auch aus so einer professionellen Käuferperspektive zu betrachten. So, was sind meine Risiken, was ist vielleicht der Vorteil, den ich hätte und dann gleichst du das miteinander ab. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht so, boah, nee, du wärst jetzt der Erste, der bei dieser Person was kauft und lass es mal schieflaufen. Ja. Ja, ja. Und dann hat mein Bauchgefühl mir gesagt, komm, lass es sein. Ist auch besser so. Ja. Weil, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erwähnt hatte hier, aber ich habe ja noch einen, ich habe einen Online-Shop, wo ich ja auch Sachen verkaufe und dementsprechend auch viel einkaufe und ich mache das halt über, auch Großteil über Ebay Kleinanzeigen. Nee, mittlerweile hast du ja nur noch Kleinanzeigen. Und da kriegt man auch so, es gespürt dann, wann was fake ist und wann nicht. Ja, und da habe ich schon so, so diverse Tricks habe ich da, wo ich dann, wenn ich mir nicht sicher bin, ob es jetzt wirklich fake ist oder nicht, ähm, kann ich ja mal irgendwann vielleicht erzählen. Ist, keine Ahnung, ist relativ interessant und so, das kann man ja auch auf Parfumo dann noch ummünzen, das Ganze. Also, da gibt es zwar weniger Betrüger, würde ich mal behaupten, als bei Kleinanzeigen, weil da ist gefühlt jede dritte Anzeige ein Betrugsversuch. Mhm, mhm. Aber bei Parfumo ist es schon, ja, wie gesagt, da wurde ich ja einmal in zehn Jahren jetzt betrogen und da habe ich ja auch das Geld dann wiederbekommen am Ende. Aber sonst war da eigentlich immer alles gut. Hm. Ja, ja. Ja, deswegen, und das sind so Kleinigkeiten, ne, nicht, dass ich jetzt irgendwie prinzipiell sage, bei jedem, der Proben und Abfüllungen irgendwie für an mehrere verkauft, dass das sofort dubios ist, aber es nimmt mir so ein bisschen den Flair, wie wenn da eine Person ist, die irgendwie so eine kleine Probe hat und eine Abfüllung, die auch noch irgendwie schick aussieht, wo ich mir dann so sage, so, boah, irgendwie kickt mich das gerade, weil das so diesen Tante-Emma-Laden-Vibe versprüht, ne. Ja, ja. Dann sage ich mir, ach komm, mein Gott, diese fünf Euro kannst du jetzt auch noch ausgeben, willst den Duft eh testen, bist gespannt, zack, rein damit und gut ist. Ja. Ist mir dann letztens auch irgendwie untergekommen. Ja, und so dreht sich halt die olfaktorische Welt. Hm. Die dreht sich und dreht sich. Das stimmt. Ist die Frage, ob wir mitdrehen oder stehen bleiben. Also, von dem, was ich gehört habe, drehen wir uns mit. Und Julian, ich weiß nicht, also, der Duftadel, der macht ja momentan auch ordentlich Radau. Aber es sind so ein paar rebellische Papiere gedruckt worden, habe ich mir sagen lassen, aus der Fabrik nebenan. Ja. Und die haben verkünden wollen, dass demnächst ein, zwei sehr interessante Sendungen auf uns zukommen könnten. Sendungen, Folgen, wie auch immer der Pöbel das nennen mag. Ja, ja, das habe ich auch gehört. Ich habe sogar gedruckt. Weil jetzt Plot-Twist, ich bin der Betreiber dieser Fabrik. Deswegen kam der mir so unsympathisch vor. Ja, und deswegen war das Angebot auch so gut. Naja, aber da kommt tatsächlich was. Wollen wir schon ein bisschen spoilern oder einfach so out of nowhere das Ganze geschehen lassen? Willst du beide spoilern? Ähm, ja, komm. Also beide, ich sage mal so, beide Sendungen werden Fragen und Antworten bieten. Oh, oh, oh. Ja, aber nicht so, wie ihr es vorher schon gehört habt, sondern ein bisschen was anderes, ein bisschen was Neueres. Wie gesagt, wir drehen uns ja mit. Da muss man ja auch mit der Zeit gehen. Das stimmt. Ja, wird lustig werden. Wird viel Spaß, Spannung und, äh, keine Ahnung, Sonnenschein. Aber im Herbst. Bitte wenig, ja. Ja. Bitte viel Kälte, viel Wind, viel Regen, viele Wolken, wenig Sonnenschein. Oh, das wäre so toll. Ja, das wäre herrlich. Ja. Ja, aber ich muss sagen, diese Spoiler gefallen mir. Mit sehr vielen Worten nichts Aussagen. Äh, das mag ich selber auch am liebsten tun. Das ist dein Stil, Mann. Wollte gerade sagen, ich meine das wirklich ernst, ja. Ich sage das jetzt nicht ironisch, also mir gefällt das. So, so soll es sein. So kann es bleiben. Die Worthülsen einfach droppen. Das ist so. Platzpatronen ohne Ende. Ja, Mann. Und irgendwann zwischen den 100 Platzpatronen ist dann eine, die so richtig knallt. Ja, und da tut dann, spart sich der Bogen wieder zurück zum Flakon von Sadun. In diesem Sinne. Julian, es hat mich heute gefreut, es war mir eine Ehre. Ja, es war eine sehr ehrenhafte Runde heute. Finde ich auch. Und André, ich wünsche dir und unseren Zuschauern einen wundervollen Restabend, Restmontag, Leben sowieso. Und wir hören uns dann demnächst wieder hier auf Sendung. Dem kann ich mich nur anschließen, Julian. Und vielleicht sei es zum Schluss gesagt, das Beste am Montag ist der Freitag. Macht's gut. Ja, ciao. Ciao.